Artur ist tot. Natürlich ist er was. Nein, Artur. Und Tode? Sie kommen, Tode kommt hier. Artur, du wirst uns immer teuer sein. Wegen allem, was du gewesen bist. Deshalb hast du Tode zu uns geschickt. Damit sie uns fehlt. Artur war also die personifizierte Vornehmheit. Er konnte kalt sein. Er konnte alles in Scherben schmeißen. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Das hätten wir verrückt gemacht, ihr beiden. Verzeiht. Wenn irgendjemand ihn idealisiert, dann bist wohl eher du das und nicht ich. Ich krieg dich! Ich lasse mich auch mal an. Ich bin auch an. Wenn du nicht meine Schwester wirst, was dann? Dann würde ich wünschen, du wärst meine Schwester. Ich bin auch ein bisschen gefeiert. Was dann? Ich bin auch ein bisschen gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020